jo leute willkommen im system shock remake und ich zeige euch heute wo ihr eure erste schusswaffe finden könnt und da zeige ich euch genau auf der karte wo die ist sollte die auch relativ am anfang hingehen um entsprechend gut gegen die gegner gerüstet zu sein die erste schusswaffe ist nämlich besonders wichtig fürs überleben und die waffe zieht an munition oben rechts diese blitz leiste ab also quasi die energie leiste und die könnt ihr euch immer wieder aufladen an der solchen energie portalen die ihr hier überall auf der station findet bevor wir anfangen würde ich mich natürlich freuen wenn ihr ein täuschen hoch oder auch ein abo da lässt und dann starten wir gleich direkt los ja meistens wenn man auf der station rumläuft und solche leichten teile hier oder auch gegenstände durchsucht findet man immer eine kaputten waffe die kann man wirklich gar nicht gebrauchen das heißt ihr könnt die direkt recyceln die bringt euch nämlich nix aber ich zeige euch heute natürlich auch wo ihr die normale waffe findet also vakuumisiert die verbreitet und dann bekommt ihr dadurch auch ein paar credits aber die ganz normale standardwaffe die findet ihr hier auf der brücke quasi und die finden wir wenn wir hier ein paar gegner töten das muss ihr ein bisschen aufpassen da sind relativ viele gegner hier in dem raum und die waffe liegt dann eben hier vorne auf dem tisch das ist die erste waffe die man finden kann hier diese blitzkanone und wie gesagt die wird oben durch diese energie mit dem blitz symbol aufgeladen und damit könnt ihr dann quasi verschießen ja und wenn ihr keine munition mehr habt sucht ihr auf jeden fall ein auf ladungs portal das wird auch auf der karte angezeigt wo ihr eben eure energie wieder aufladen könnt um die munition wieder herzustellen ich zeige es euch natürlich auch noch mal auf der karte ganz genau hier also dieser tisch und hier in dem medic bereich ganz am anfang hier rechts auf der seite da findet ihr dann auf dem tisch eben diese waffe könnt sie euch holen schnappt sie euch auf jeden fall mit als erstes damit ihr entsprechend gut überleben könnt und für den kampf in system shock besser gerüstet sein ich mache hier noch mal marken hier oben ist die waffe ungefähr und da wisst ihr dann bescheid wo ihr die waffe findet schnappt sie euch einfach auf den tisch und damit könnt ihr dann ordentlich rumballern könnt auf jeden fall ein bisschen distanz zu den gegnern bewahren und die halt frühzeitig ausschalten bevor sie euch schaden machen ja freunde das war es auch schon für diesen kleinen guide viele weitere guides findet ihr natürlich im kanal bleibt auf jeden fall auch dran dort findet ihr dann noch tipps und tricks zu system shock allgemein solltet ihr euch auf jeden fall mal anschauen wenn ihr öfters mal sterben solltet ja freunde euch dann noch viel spaß und bis denn macht's gut adios und ciao